Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei East Origins. Ja, wir sind jetzt außerhalb des Turms, mitten im Unterwassergefängnis, das auf der Ebene ist, und haben hier ein paar neue Fluchnacken verfügt und sehen ein bisschen aus wie Wurzel. Und ja, das Wassergefängnis, oder das geflutete Gefängnis, das trifft jetzt ziemlich gut, hier ist wirklich alles hinterm Wasser. Oh, und da haben wir irgendwelche laserschließenden Wasserläufer, die wir verhauen müssen, weil sie sind rot. Mit dem Wirbel mache ich mir aber kaum Schaden bei denen. Deswegen erstmal wieder zurückziehen. Und sie verhauen, solange sie unsere Reichweite sind. Der eine war ja hinter... dem Gitter gerade eben. So, jetzt ist das Gitter rot und wir können weiter. Ah ja, und da war gerade so eine Sauerstoffpflanze. Aua, und hier sind Stacheln und Shitkröten mit Elektro, mit Stromgeneratoren, denen sie keinen Schaden machen können. Also geht es hier erstmal, wieder eine Pflanze einzusammeln. Da müssen wir durch, aber dazu müssen wir diese Shitkröten loswerden. Denen machen wir aber leider keinen Schaden, deswegen geht es erstmal hier hoch weiter. So. Die Shitkröte ignorieren wir mal. Die müssen so ein Krabbelflug, das hier, erledigen können. So, Shitkröte wieder ignorieren, wieder am höchsten auch. Dafür einfach hier runter und gegen den Strom ankämpfen. Obwohl, dass wir dabei nicht aus Versehen in die Stacheln kommen. Ja, das sieht gut aus. Hier runter. Und dann erstmal gucken, was wir hier haben. Wir haben, glaube ich, hier haben wir auf jeden Fall wieder Sauerstoff. Und genau, hier haben wir eine Truhe. Was ist denn der denn? Eine Roderfrucht. Ja, das bedeutet, wir werden bald wieder ein Rod zum Füttern treffen. Sehr gut. Aber jetzt erstmal weiter hier. Oh, da drüben ist noch eine Truhe. Und zuerst die hier. So, erstmal den da loswerden. Gleichzeitig auch mehr Oxy. Der Sauerstoff auftanken. Und wir haben Hard Leggings gefunden. Ja, neue Schuhe. Haben gleich mal doppelt so viel Verteidigung. Und helfen uns beim Schwimmen. Also, wir können jetzt schneller und besser schwimmen. Haben eine bessere Steuerung. Aber wir sollten trotzdem nicht unbedingt in die Stacheln reinschwimmen. So, über die Stacheln drüber. Und in das nächste Gebiet rein. Denn da unten wartet schon was auf uns. Die Gegner sind hier schon mal keine. Also können wir uns gleich den neuen Gegenstand hier holen. Den Lawinen-Kriegshammer. Und ja, jetzt können wir den Blitzeinschlag. Der sieht so aus. Und der macht auch eine Menge Schaden. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir wie dringend wieder an Oxy an Luft reinkommen. Komm, du hast es sicherlich hier ab, weil du hast hier Luftbruch drin. Und ja, damit machen wir sehr viel Schaden. Und was das Gute ist, der hat auch genug Schlagkraft, dass wir jetzt die Schildkröten wegschlagen können damit. So, hier rum. Genau. Und das bevor sie sich überhaupt wehren können. Da geht es jetzt wieder hier zurück. Nämlich hier zurück in den Raum. Aber das erste, was wir machen, bevor wir die Schildkröten wegschlagen. Das ist hier etwas öffnen. Und hier ist nämlich die Arthrophob-Medaille. Also sowas wie ein Tausend-Kriegshammer. Und eine Asse. Ja, das ist der nächste Key für den nächsten Boss schon. Oh. Aua, da habe ich jetzt nicht mehr genug Mana. Naja, geh weg mit deinem Blitz. Lieber dich wegschlagen. Ja, das ist doch... Es fehlt hier noch irgendwo ein, so ein rotes Vieh. Genau, da ist es. Oh, das war es immer noch nicht. Aber er hat Sauerstoff für uns da gelassen. Ja, den haben wir verfehlt. So. Haben wir den Weg frei gemacht. Wir können jetzt auch weiter. Noch mehr Sauerstoff. Und jetzt müssen wir hier hochkommen. Bevor uns die hier blitzen. So. Hier raus. Und den machen wir mal auf die alkoholische Arthrophobus. Alkohol, Tau und Sauerstoff. Immer gut. Und auch ein paar SP einsammeln. So. Und da sieht man auch schon wieder draußen aus. Dieser Katastrophe gerade oben. Wir können nun wieder so viel Wurzendinger verhauen. Und welche Wasserschreiter. Ah, und da oben sieht man auch schon gleich den Rohr. Aua. Und level up mal wieder. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auf die Plattform kommen. Gut, haben wir geschafft. Hier einmal lieber umschalten. Auf den Wirbelwind, dass wir besser springen können. Und hier hoch. Oh, wieder neue Gegner. Wieder solche Schleimbolzen. Okay. Oh, sehr viele von denen sogar. Aber die können wir uns ja leicht durchbreden. Und dann gehen wir erst mal in diese Richtung ab, wo der Rohr war. Genau, hier ist der kleine Rohr. Den will wir wieder mal nicht verstehen. Ja, der sagt uns sehr tolle Sachen. Und er scheint hungrig zu sein. Ich glaube, du bist ein Rohr, den ich noch nicht getroffen habe. Aber du siehst auch hungrig aus. Also geben wir ihm die Rohr da fort. Da freut er sich natürlich wieder. Und wir haben unseren ersten Topass bekommen. Oh, für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber ich sollte trotzdem dein Geschenk akzeptieren, weil du so süß bist. Und ich kann zu diesem Gesicht nicht Nein sagen. Ja. So, nun können wir den... Aufladen und kriegen dann so eine heftige Attacke raus. Die wird ja gleich Einbruch hinterlassen bei Gegnern. Genau, nämlich so. Ein Einbruch. Ich fahre das gerade schon wieder in den Level ab. Das ging aber schnell. So, durch die Rohr schlagen. Und die noch ein paar verpassen. So, kommst du her. Die können die Licht auslassen. Es werden keine Gefangenen gemacht. Ach, und wir sind wieder draußen. Okay, wieder eine... ...Dartour. Wow, und die ist ja da auch krassig. Die machen nämlich doch schon... ...für die Schaden. Oh, das war knapp. Aber ich habe es geschafft. Statue reinigen und abspeichern. Erstmal kurz die Wunde abholen. Ich könnte jetzt das Reduce Damage vom Terrain machen. Was im nächsten Gebiet vor allem nützlich ist, aber das ist jetzt gerade nicht so nötig. So, wieder speichern und wir haben schon Level 15 erreicht. 3 Level seit der letzten Statue. Also gut, dann öffnen wir jetzt mal diese Tür hier. Sie geht ganz dramatisch auf und wir treten ein. Und wieder in eine Zwischensequenz. Sieht toll aus, die Figur. Ich war da an der Wand. Was ist das für eine widerwärtige Skulptur? Die Handwerkskunst ist erstaunlich, aber die Handwerkskunst ist miserabel. Aber es sieht aus, als wäre es fast so, dass er bis leben würde. Und damit hat sie nicht ganz unrecht. Das ist nämlich... Naja, ich konnte den Namen jetzt nicht vorlesen. Die haben alle so komische Namen. Auf jeden Fall ist das ein sehr böser Tausendbüßler. Und wir haben wieder Bossfight Musik. Sehr schön. Und ja, er ist eigentlich... auch nicht mehr oder weniger nicht der Rede wert. Wir müssen nur aufpassen, wo sein böses Maul ist. Genau das da nämlich. Da kommt nämlich die... Äh... ein böser Laser raus. So. Ach, schon das erste Teil kaputt gemacht. Und zwar müssen die... so lange auf seine einzelnen Körperteile draufhauen, bis sie so schwarz werden, wie der... ...Schwanz jetzt eben ist. Und wenn wir ihn mal kaputt hauen, kriegt er halt Schaden. So. Jetzt sieht er es zum Beispiel wieder. So. Aber wir sollten auch fassen, dass sein Böses Laser uns nicht drückt. Genau der da, der in die PS gleich wieder kommen dürfte. So. Dann haben wir jetzt mal auch die kleine hier drauf. und sollten gucken, dass wir seine... ähm... seine Giftkunkeln hier weg schlagen, bevor sie explodieren und uns vergiften. Äh, genauso wie die da. So. Und jetzt ist er wieder angreifbar. So. 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 und hinterlässt diese blauen Klamm und hat uns getroschen und erledigt ja ich würde sagen ich mache hier mal kurz einen Cut und dann probieren wir in der nächsten Folge nochmal bis gleich